Nicht mehr dazu, sondern ein anderes Team. Wir haben es eben gehört. 4.000 Karten verkauft Hannover, große Fan-Marsch aus Hamburg dahin. Also sehr viel Unterstützung. Vier der letzten fünf Gegner sind norddeutsche Vereine. Ist das etwas, was in dieser Situation eine besondere Rolle spielen kann, weil du diese Derby-Charaktere hast, weil du Rivalitäten hast bei den Gegnern. Vielleicht auch, weil die Reisewege nicht so lang sind. Denkst du, dass es einen besonderen Einfluss hat, dass wir jetzt diese Nordduelle haben? Alles okay bei dir?